Komm, wir kochen etwas. Komm, wir kochen etwas. Das ist auch schön, wenn man zusammen kochen kann in der Familie. Manchmal koche ich mit meinem Mann etwas oder ich koche mit meinem Sohn etwas. Und wir helfen uns. Das ist auch noch lustig. Und im Wohnmobil kann man alles selber kochen. Was möchtest du? Etwas Vegetarisches? Oder etwas Traditionelles? Etwas Traditionelles Schweizerisches? Oder etwas Traditionelles aus deinem Land? Was möchtest du? Auf was hast du Lust?